Die Pkw-Maut ist eine Hauptforderung und man darf gespannt sein, wie Horst Seehofer die nächsten Tage in Berlin agieren wird. Ich begrüße jetzt bei mir Professor Heinrich Oberreuther. Er ist Politikwissenschaftler aus Passau und beobachtet die CSU schon sehr, sehr lange. Herr Oberreuther, zunächst die Frage, bevor wir auf die Koalitionsgespräche und die Forderungen, die dort diskutiert werden, eingehen. Die Frage, Seehofer hat es geschafft, den Niedergang der CSU nicht nur aufzuhalten, sondern den Trend umgedreht. Landtagswahl, absolute Mehrheit. Wie hat er das geschafft? Ja, indem er selbstbewusst aufgetreten ist, indem er einen Strich gezogen hat zwischen dieser schütteren, kurzfristigen Vergangenheit, indem er vor allen Dingen auf die bayerische Identität gesetzt hat und indem er auf die ökonomischen Erfolge des Freistaats die Akzente gelegt hat. Und im Grunde war seine Strategie, vor mir war nichts. Wir vergessen die bittere Geschichte, die ja relativ kurz war und fangen neu an. Und das ist ihm abgenommen worden. Und er hat Personalroschaden gemacht. Frau Aigner in Oberbayern zu platzieren, wo er vorher, die CSU, vorher 20 Prozent verloren hatte, das hat sich restabilisiert. Kritiker sagen, er habe zu wenig inhaltliche Positionen, drehe seine Fahne sehr schnell in den Wind. Was sagen Sie dazu? Ja, in gewisser Weise ist er repräsentativ für die Wetterwendigkeit des Volkeswillens und der öffentlichen Meinung. Volksparteien haben es insgesamt schwer, auf Prinzipien zu bestehen und klare Linien kontinuierlich lange durchzutragen. Die Dinge ändern sich rasch und Seehofer hat das hohe Talent, die Nase in den Wind zu halten. Vor allen Dingen dann zu erkennen, wo es Widerspruch gegen die CSU gibt und diese Positionen alle wegzuräumen. Egal, ob man sie vorher jahrzehntelang vertreten hat. Und das ist ihm an der Wahlurne sehr gut bekommen. Die Frage ist nur, wo bleibt dann die Fähigkeit zur politischen Führung? Es bleiben die Zeiten nicht zu allen Zeiten so gut. Die Kassen sind nicht zu allen Zeiten so voll, dass man mit Sozialleistungen und sozialem Komfort die Leute an die Wahlurne bringen kann. Nun will Seehofer noch mehr Bürgerbeteiligung, als es sie jetzt schon gibt. Es gab ja die Abstimmung um Olympia gerade. Er war für Olympia, die Bürger waren dagegen in München und Garmisch und so weiter. Wenn er jetzt noch mehr Bürgerbeteiligung möchte, was bedeutet denn das für seine CSU? Naja, hinterher hat er bei all diesen Abstimmungen ja gesagt, er sei nahe am Volk. Das Problem ist mit den Bürgerbefragungen, die er nun jetzt auch einführen will, in einem politischen System, das ohnehin höchst plebiszitär ausgestattet ist, im Vergleich zu allen anderen Bundesländern. Wenn er das dann auch noch will, dann fragen die Abgeordneten sich und sie tun das relativ laut in der letzten Zeit. Was haben wir eigentlich da noch zu bestellen? Denn je direkter sie den Bürger immer wieder einbeziehen, umso mehr beschädigen sie natürlich die repräsentative Demokratie und die Stellung des Abgeordneten und des Parlaments. Man muss natürlich auch sehen, wie substanziell das Ganze ist. Die CSU hat vor kurzem Mitgliederbefragungen eingeführt. Noch keine einzige hat stattgefunden. Und noch immer ist es so... Dafür fragt er die Bürger? Dafür fragt er die Bürger und ruft die Koalition mit den Bürgern aus. Nach meinem politikwissenschaftlichen Verständnis ist die parlamentarische Demokratie von Grund auf eine Koalition mit den Bürgern, ein kommunikatives Regierungssystem. Also da ist schon sehr viel Populismus dabei. Nun wird es gleich hier losgehen. Der Parteitag wird von Alexander Dobrindt eröffnet. Wir haben letzte Woche über die SPD berichtet. Dort ist das Muchen an der Basis sehr groß. Was hören Sie denn aus Bayern in der Union über die Verhandlungen in Berlin? Was sagt man über das, was dort in Berlin verhandelt wird? Ja, die Basis ist in Bayern natürlich nicht so herausgefordert wie die SPD, die ja die Droge-Anti-Groß-Koalition geschluckt hat. Und der Punkt ist, die Bayern und auch die CDU-Basis schauen schon drauf, dass nicht zu viel Butter vom schwarzen Brot genommen wird. Sie fühlen sich durch die offensiv vorgetragenen sozialdemokratischen Forderungen schon durchaus auch herausgefordert. Die Befürchtung ist, zu viel SPD in der großen Koalition. Jetzt wird es hier laut, gleich geht es los. Aber trotzdem noch die Frage, Herr Professor, die Forderung nach Pkw-Maut, nach einer Einführung der Pkw-Maut, wird mit Verlaub außerhalb von Bayern Richtung Norden Deutschlands nicht so richtig verstanden. Warum ist das der CSU, warum ist das Horst Seehofer hier so wichtig, die Einführung einer Pkw-Maut? Es ist ein symbolischer Programmpunkt. Man kann damit populär mobilisieren. Ich habe neulich sogar mit prominenten Sozialdemokraten geredet, die auf dem Weg vom Gardasee nach München zwei- oder dreimal Maut bezahlen mussten und dann also sagten, na wartet mal, nächstes Jahr geht es euch auch an den Kragen. Bayern ist natürlich das Hauptdurchgangsland für den Verkehr und man kann auch ein bisschen nationale oder anti-internationale Vorurteile schören. Vielen Dank bisher hin, Herr Professor Oberreuther.